Herzlich Willkommen zu Digital for Productivity, dem Podcast für produktive Digitalisierung. Von und mit Thorsten Jickel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Folge von Digital for Productivity. Und beim letzten Mal gab es ja wieder mal einige ganz konkreten Tipps zum Thema der Einstellungen zum iPhone. Ja, heute kommt die Episode etwas später, denn ich dachte eigentlich, dass wir am Dienstag, den 14. März abends ein Apple-Event haben, wo Neuigkeiten vorgestellt werden. Die schlechte Nachricht oder vielleicht für Ihren Geldbeutel die gute Nachricht, es wurde kein Event durchgeführt von Apple. Es gibt das Gerücht, dass am 21. März, also nächste Woche Dienstag, eventuell ein Event sein sollte. Aber in dieser Episode werde ich Ihnen gerne einmal die wichtigsten Neuigkeiten und Gerüchte zum Thema Apple mitgeben. Ja, vielleicht haben Sie es mitbekommen, es wurde in Form eines Silent Launches ein gelbes iPhone 14 vorgestellt. Das hatten wir im letzten Jahr mit dem lilafarbenen, was nachgeschoben wurde. Also das macht Apple an manchmal. Sie kennen das vielleicht auch mit der roten Edition, die dann ab und zu nochmal nachgeschoben wurde. Also Sie können Ihr iPhone 14 jetzt auch in einem schönen Gelb haben, wenn Sie das Ganze mögen. Ist aber das gleiche Modell. Ja, dann ist so immer die nächste Gerüchtestufe. Das ist beim Thema des iPad, nicht des iPad, sondern des MacBook Airs eine größere Variante geben soll. Und zwar das Gerücht ist, dass es neben 11 und 13 Zoll entsprechend ein 15 Zoll Gerät geben soll. Was dort eventuell sogar die Pro Chips haben sollte. Und dann allerdings, wenn es die Pro Chips drin sein sollten, auch ein Lüfter drin haben wird. Also da werden wir dann sehr nah an den MacBook Pros sein. Für mich ist dann immer nur die Frage, ich finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis die MacBook Airs für die meisten Anwender wirklich sehr gut und völlig ausreichend. Was beim Thema Pro für mich der große Vorteil ist, ist, dass ich entsprechend noch einen USB-C-Thunderbolt-Anschluss mehr drauf habe. Und dass ich einen nativen HDMI-Anschluss habe. Also dass ich direkt HDMI anschließen kann. Und ich finde, man kann nie genügend Anschlüsse haben. Also mein Wunsch-Laptop wäre sowieso ein Laptop, wo links und rechts komplett alles mit Anschlüssen voll wäre. So, dass ich gar nicht mit Hubs arbeiten muss, sondern dass ich das Ganze so machen kann. Auch mein Wunsch, den ich immer hätte, wäre eine integrierte SIM-Karte. Denn spätestens seit ich iPads mit integrierten SIM-Karten habe, möchte ich das gar nicht mehr missen. Vielleicht hier auch nochmal ein Tipp. Ich habe es schon mal erwähnt. Ich habe nochmal ein gebrauchtes HP-Notebook für unter 400 Euro mit einem Core i5 der 8. Generation. Den habe ich immer nochmal. Den kann ich auch komplett umdrehen. Ich habe dort einen nativen HDMI-Anschluss. Und ich habe dort auch eine SIM-Karte drin. Den nutze ich immer ganz gerne als Backup. Weil so einmal im Jahr habe ich immer nochmal die Situation, dass ich ums Verrecken weder mit meinem Mac noch mit meinem iPad an einen Beamer mich anschließen kann. Trotz Adapter, trotz Zwischen-Emulation und Software und Hardware. Ein, zweimal im Jahr habe ich das Ganze. Also deswegen. Ja, zurück zu den Apple News. Also ein MacBook Air, der 5 mit 15 Zoll ist relativ wahrscheinlich. Was für die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich relevant sein wird, aber was für Pros durchaus relevant ist, es wird erwartet ein Pro-Modell wieder. Das ist ja zuletzt in 2019 auf den Markt gebracht worden. Das ist für die meisten von Ihnen sicherlich nicht relevant. Ist für professionelle Medienproducer relevant, die ein erweiterbares System haben wollen. Denn das System ist ja so, dass man dort Karten einstecken und wechseln kann für mehr Speicher beispielsweise oder zusätzliche Anwendungen. Der wird auch nicht ganz billig sein. Wenn Sie mehr Leistung haben wollen, wird es natürlich im Rahmen dieses Jahr nochmal den Studio in einer etwas aufgemotzteren Variante geben. Bei dem Thema Studio, muss man nur immer gucken, der hat für mich einen großen Nachteil. Der lüftert relativ laut und somit ist er für viele mittlerweile eher so, dass viele sagen, das aktuelle Mini-Modell ist dort leistungsfähiger. Den gibt es ja auch mit dem M2-Prozessor als Pro. Da hat er auch vier Thunderbolt-Anschlüsse, die Sie auch als USB-C benutzen können. Das ist für mich wirklich ein Gerät, wo ich sage, da ist kein Lüfter drin. Und das Ding ist wirklich leise, das ist powerful. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich das Ganze sehr viel besser. Ja, dann, was im Moment auch noch ansteht, ist das Thema eben Mac, die iMacs, dass die nochmal renoviert werden. Könnte sein, dass es erst später im Laufe dieses Jahres passiert. Was aber auf alle Fälle sicher ist, dass im Herbst diesen Jahres zwei Dinge kommen. Zum einen das iPhone 15. Das wird dann auch einen USB-C-Anschluss haben. Also nicht mehr den Apple-Lightning-Anschluss, sondern den USB-C hat dann für Sie den großen Vorteil, dass Sie die gleichen Anschlüsse haben, wie Sie das am iPad haben oder auch an Geräten vor Drittherstellern. Somit reduziert sich die Anzahl von unterschiedlichen Ladegeräten und Adaptern, die Sie brauchen. Für mich ist das immer nicht so ein Riesenaufreger gewesen, weil wenn ich ein iPhone und ein iPad gleichzeitig laden muss, brauche ich so und so zwei Kabel. Und ob das eine jetzt mit Lightning oder mit USB-C ist, ist mir auch wurscht. Also von der Seite her sage ich, ist das immer ein First-World-Problem. Aber es ist natürlich ganz gut, wenn es dann einheitlich ist. Ich höre dann schon wieder die großen Kommentare zu sagen, Apple ändert schon wieder den Anschluss und das ist ja gruselig. Ja, also von der Seite her. Sie können auch übrigens weiterhin Ihr iPhone 13 oder Ihr iPhone 14 entsprechend natürlich weiter nutzen. Ja, zum Thema iPhone gibt es auch durchaus Gerüchte, dass in 2024 vielleicht nochmal eine höhere Variante draufgelegt wird. Also zum einen gibt es ja diese faltbaren Smartphones von Samsung. Die horizontal oder vertikal faltbar sind. Und Apple tut sich tendenziell eher gut und leicht damit, die höherwertigen Geräte zu verkaufen. Die günstigeren Geräte gehen witzigerweise eher nicht so gut. Also deswegen gibt es die Überlegung zu sagen, vielleicht entweder nochmal das Pro Max umzubenennen in Ultra. Und das könnte dieses Jahr schon passieren mit dem 15er iPhone. Und im nächsten Jahr könnte es passieren, dass da nochmal eine weitere Pro-Variante oben drauf kommt. Ja, das nächste Thema, was Sie sicherlich schon oft gesehen, gelesen, gehört haben, ist das Thema das Mixed Reality Headsets, also Virtual oder Augmented Reality. Sie wissen, bei Virtual Reality sehe ich nichts von der Außenwelt. Da bin ich rein in der digitalen Welt. Von Apple erwarten wir eher ein Augmented Reality-fähiges Gerät, wo ich eben auch Kameras draußen habe, wo ich dann eben die echte Welt überlagern kann mit digitalen Elementen. Das gab es ja so ein Stück weit auch schon von der Google Glass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die vor ein paar Jahren, als es die gab, mal auf einer Konferenz auf und ich fand die richtig gut. Da konnte man eben Dinge überlagern. Damals war es einfach so, dass die Kamera in dieser Brille dort einfach viele Leute abgeschreckt hat. Und der Akku hielt auch nur etwas über eine Stunde. Und man hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Satz heiße Ohren bekommen. Denn die Brille wurde richtig warm. Aber in der Zwischenzeit wurde das Ganze ja im Logistikbereich für Picking-Anwendungen beispielsweise genutzt. Also sie ist auch weiterentwickelt worden, diese Technologie. Und ist auch wirklich gut. Also von der Seite her erwarten wir von Apple ein Gerät. Die realistische Einschätzung ist aber, dass das auf der WWDC im Juli vorgestellt wird. Damit die Entwickler dann die Werkzeuge in die Hand bekommen, um Applikationen dafür bauen zu können. Denn es macht ja überhaupt keinen Sinn, eine Brille zu relaunchen und rauszubringen, wo es noch gar keine Anwendung dafür gibt. Also deswegen, das realistische Szenario ist so, dass zur WWDC die Brille vorgestellt wird. Die Entwickler dann die entsprechenden Software-Tools bekommen, um Anwendung dafür zu programmieren. Und dass sie dann im Herbst für die Consumer vorgestellt wird. Und dann voraussichtlich zum Weihnachtsgeschäft verfügbar sein wird. Das ist im Moment so the most realistic Szenario. Ja, dann die Frage iPad. Hier gibt es ja immer wieder Gerüchte. Im Moment ist es um das Thema iPad etwas ruhig geworden. Also natürlich wird es iOS 17 geben zur WWDC in bekannter Form. Und ich gehe mal davon aus, dass es keine Revolution, sondern eher eine Evolution geben wird. Ich vermute mal, dass der Stage Manager, der ja so in der ersten Variante so ein bisschen eine Mac-artige Fensterbedienung gebracht hat, dass das vielleicht ein bisschen fluffiger wird. Weil im Moment kann man diese Fenster nur an einer Ecke anfassen. Also das ist so ein bisschen so halb kastriert. Und ich vermute mal, das wird ein bisschen näher mit dem Mac zusammenwachsen. Die gute Nachricht ist ja, dass das entsprechend auch auf den älteren iPads mittlerweile geht. Also die Unterstützung für externe Monitore mit unterschiedlichen Informationen auf den Monitoren, das geht nur mit den iPads, die mindestens einen M1-Prozessor haben. Die, die noch den älteren Prozessor haben, können aber auch das Thema des Stage Managers nutzen. Also dass sie dort mit verschiedenen Fenstern auf dem iPad arbeiten können. Ehrlich gesagt, ich habe es in der Praxis noch nicht benutzt oder noch nicht gebraucht. Ich habe es schon ein paar Mal probiert. Für mich, ich brauche es ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ich gehöre aber auch nicht zu den Menschen, die 35 Fenster in ihrem Browser gleichzeitig aufhaben. Sondern ich bin eher so, dass ich sage, wir Menschen sind nicht multitaskingfähig. Dann muss ich auch nicht 35 Fenster gleichzeitig aufhaben. Ja, zum Thema iPad erwarten wir eher aktuell keine neuen Geräte. Es kann natürlich sein, dass nochmal im Herbst dann, wenn im Herbst vorgestellt werden, es gibt immer nochmal das Gerücht, dass es ein größeres iPad geben soll. Im Moment ist aber eher so die Gerüchtelage, dass jetzt erstmal ein größeres MacBook Air kommen soll. Ein größeres iPad ist im Moment eher mal nicht so im Line-Up. Ja, das sind so die aktuellen News zu dem Thema. Immer natürlich so ein Thema, wo ich sage, Leute, das ist auch irgendwo ein First-World-Problem. Wenn ich gucke, ich bin von meinem XS Max iPhone umgestiegen auf mein 13 Mini. Mein 13 Mini kann ich auch noch zwei, drei Jahre locker benutzen. Ich habe vor kurzem mein iPhone 6 Plus nochmal als Kamera auch benutzt. Natürlich werden die neuen Geräte von den Kameras besser. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auch mein XS Max angucke, für die Funktionalitäten, die man macht, reichen die älteren Geräte locker. Auch wenn ich meine älteren iPads anschaue. Ich habe noch nicht mal ein iPad 12,9 Zoll Pro mit M1-Prozessor, weil ich noch nicht an die Leistungsgrenzen meines iPads gestoßen bin. Also meine Erfahrung ist immer, wir graden viel schneller dieses Thema als uns selbst ab. Interessant ist natürlich, wenn jetzt ein iPhone auch mit USB-C kommt, dann braucht man ein paar weniger Adapter, beziehungsweise wenn man jetzt Mikrofone beispielsweise hat, die man eben an dem iPad nutzt, dann kann ich die auch nutzen am iPhone und solche Dinge. Also dafür wird sich das Zubehör schon deutlich reduzieren. Also da finde ich es eben ganz praktisch. Aber wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich mir Mikrofonlösungen heute angucke, oft haben die eben einen USB-C und einen Lightning-Stecker ohnehin mit dabei. Also so life-changing ist das nicht. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade vor der Frage stellen, soll ich mir einen neuen Rechner holen oder nicht? Ich persönlich bin ein großer Freund für die meisten der MacBook Airs. Ich finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis super. Und vielleicht noch mal ein Tipp für diejenigen, die sagen, ich möchte immer wieder mal die neuesten Geräte haben. Sie können Geräte mieten bei Grover. Und Grover ist eine Firma, die vermietet eben Geräte. Und da können Sie Smartphones, da können Sie Watches mieten, da können Sie MacBooks mieten. Also das heißt, hier kriegen Sie für einen relativ kleinen Mietbetrag Geräte. Und dann könnten Sie beispielsweise sagen, ich mache eine Jahresmiete und jedes Jahr holen Sie sich entsprechend ein neues Gerät. Also es gibt natürlich darüber hinaus auch gerade übrigens wieder mal aktuell auch eine zinslose Finanzierung von Apple. Die gibt es auch immer ein, zweimal im Jahr, dass Sie es mal für Firmenkunden, mal Privatkunden auch eben finanzieren können. Aber eben Grover ist dann für diejenigen von Ihnen interessant, die sagen, sie wollen doch ab und zu mal die Geräte wechseln. Stichwort Geräte wechseln. Die Apple Watch wird natürlich im Herbst auch kommen mit der neunten Generation. Es wird die Apple Watch Ultra der zweiten Generation erwartet. Wir erwarten da wie üblich keine revolutionären Änderungen. Also ich habe jetzt auch noch, ich habe jetzt eine vorletzte Apple Watch. Also auch die reicht mir immer noch. Also ich lasse da auch mal zwei, drei Generationen aus. Also Sie müssen da nicht immer die neueste Hardware sich holen. Ja, ich hoffe, das Ganze ist für Sie spannend. Sollten Sie den Podcast hier zeitnah hören, dann sollten Sie auf alle Fälle sich im Kalender eintragen. Den Freitag, den 17. März und zwar um 11.30 Uhr wird es wieder meine kostenfreie Zoom-Sprechstunde geben. Das heißt, Sie wissen, ich mache einmal im Monat, mache ich entsprechend eine kostenfreie Live-Q&A. Also wenn Sie das jetzt hören, in der Podcast-Episode können Sie einfach auf den Link tippen. Dann kriegen Sie von mir die Zugangsdaten zugeschickt. Ich freue mich, wenn Sie am Freitag um 11.30 Uhr mit dabei sind. Wenn Sie es terminlich nicht einrichten können, klicken Sie auch auf den Link in den Shownotes und dann kriegen Sie von mir gerne einen Link, wo Sie diese und auch die Aufzeichnungen der sonstigen Q&As bekommen. Ja, vielleicht sind wir nächste Woche wieder ein Stück weiter im Sinne von Events, sodass es vielleicht am 21. an ein Apple-Event geht. Sie werden von mir auf alle Fälle auf dem Laufen gehalten zum Thema, wie Sie noch produktiver mit digitaler Technik unter anderem von Apple sein können. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ihr Thorsten Jickel Das war eine weitere Episode von Digital for Productivity, dem Podcast für produktive Digitalisierung. Und immer daran denken, erst Hirne einschalten, dann Technik. Ihr Thorsten Jickel